Wie bieten Krebspatientinnen und Krebspatienten am Comprehensive Cancer Center Zurich eine präzise Diagnostik, eine personalisierte individuelle Beratung und moderne Therapiekonzepte. Unter dem Dach des CCCZ vereinigen wir innovative Krebsmedizin und Forschung. Wir bringen Mitarbeitende zusammen, die voneinander lernen und die Resultate aus der Forschung möglichst rasch in die Klinik übertragen. Mein Name ist Andreas Wicki. Ich bin Onkologe und Krebsforscher am Universitätsspital und an der Universität Zürich. Am Comprehensive Cancer Center Zurich leite ich das klinische Programm, welches sich um die umfassende Betreuung unserer Patientinnen und Patienten kümmert. Ich setze mich dafür ein, dass wir unseren Patientinnen und Patienten innovative diagnostische und therapeutische Konzepte nach höchsten medizinischen Standards und unter Einbezug modernster Forschungsresultate anbieten können. In unseren interdisziplinären Organtumorzentren führen wir die Expertise und das Wissen von Krebsspezialistinnen und Krebsspezialisten zu den verschiedenen Tumorarten zusammen. Die medizinische Betreuung am Comprehensive Cancer Center Zurich beinhaltet somit immer eine umfassende interdisziplinäre und interprofessionelle Empfehlung eines Teams von Fachärztinnen und Fachärzten sowie weiteren onkologischen Fachpersonen. Diese kommen in unseren wöchentlichen Tumorboards zusammen und stimmen basiert auf den Richtlinien sowie individuellen Bedürfnissen die beste Behandlung für unsere Patientinnen und Patienten ab. Wir ermöglichen dadurch eine optimale auf die Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten abgestimmte Abklärung, Beratung und Behandlung. Das schliesst sowohl die Diagnostik als auch die Chirurgie, die Strahlentherapie und die medikamentöse Behandlung ein. Mit Hilfe der Präzisionsonkologie möchten wir am CCCZ Tumorerkrankungen genauer diagnostizieren. Das ermöglicht massgeschneiderte Therapien für unsere Patientinnen und Patienten. Dank der vielen offenen klinischen Studien am Tumorzentrum haben unsere Patientinnen und Patienten Zugang zu modernen Therapiekonzepten. Unsere supportiven Beratungs- und Behandlungsangebote bieten zudem eine individuelle und ganzheitliche physische, psychosoziale und seelische Betreuung. Sehr hilfreich in dem Zusammenhang ist auch das Zweitmeinungsportal, welches einen raschen und unkomplizierten Zugang zum Wissen der Fachdisziplinen ermöglicht. Als Onkologisches Exzellenzzentrum sind wir nach den strengen Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Diese hohen Qualitätsmaßstäbe dienen einem Ziel, ihre Gesundheit zu fördern und sie in allen Belangen zu unterstützen.